Wir würden Sie bitten, die Trennung weiter aufrecht zu halten, ohne dass es dazu kommt, dass jemand umfällt. Auf die jungen Damen und Herren hier. Die Trennung, die Nazis einen Boxen. Die Trennung, die Nazis einen Boxen. Sie müssen uns aufpassen. Sie müssen uns aufpassen. Ja, danke. Dem Handel holen wir, fangen endlich an zu denken, wir sind nur gemeinsam sind wir, gemeinsam sind wir, gemeinsam sind wir, wir sind nur gemeinsam sind wir, gemeinsam sind wir. Kompel, zum Scare0, Dubai, ge forcing auch Sяг. Varian und Kompel frei. Qualreciere Eindruck zu, diese maflik-Kle testen, wir werden wir hier sehen. Es ist nicht klar, es ist nicht klar, es ist nicht klar, es ist nicht klar. Ich möchte noch mal kurz was sagen. Es ist eben zum Beispiel von Herrn Degen darauf angesprochen worden, dass ich einem Henrik Stöckel verbieten muss, dass er ein Leichtfühl dreht, weil wir ansonsten eine rechte Kopierung sind. Ich sehe hier überhaupt keine Recheninhalte und deshalb möchte ich dem Herrn Degen bitten, dass er einfach mal in sich geht und überlegt, ob es das wert ist, normale Bürger fertig zu machen und Rufmord zu betreiben. Ich möchte aber dennoch, weil die Polizei hat mich eben auch gebeten, sie brauchen gar nicht zu lachen und sich lächerlich zu machen, also drüber, das ist jetzt auch nicht angebracht. Ich möchte, die Polizei hat mich eben noch mal darum gebeten, dass ich euch sage, dass ihr bitte den Gegenprotest auch nicht filmen sollt. Ihr heizt die nur immer mehr auf und wir werden die ja sonst gar nicht los. Seid vernünftig, ihr wisst, wofür wir auf die Straße gehen, für soziale Gerechtigkeit, für nichts anderes und wir ziehen das durch bis zum Letzten. Zwei heizt die Musik Und wir, gemeinsam sind wir. Gemeinsam sind wir. Gemeinsam sind die Stadt.